Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge der PES 19 Trainerkarriere. Jawohl, wer die letzte Folge noch nicht gesehen hat, rechts oben beim i verlinkt. Da haben wir den ersten Saisonsieg in der Bundesliga einfahren können. Da haben wir das Debüt gehabt in die Bundesliga eben. Und haben auch in dem Turnier, in dem Vorbereitungsturnier, ja da ist was Kurioses passiert, also müsst ihr auf jeden Fall vorbeischauen. Guckt auf jeden Fall die letzte Folge mal an. Ihr könnt auch gerne bei der Playlist vorbeigucken. Insgesamt jetzt schon drei Folgen online die Playlist unbedingt im Auge behalten und abchecken. Und Leute, Alter, meine Haare sind richtig fresh. Ich nehme am Abend vor dem ersten Schultag nämlich auf. Wir haben es gerade 19.45 Uhr und morgen geht es wieder in die Schule, in eine neue Schule sogar. Ja und da ich der Typ bin, der immer abends die Haare wäscht und morgens dann nicht, sondern einfach abends die Haare wäscht und dann einfach, ja morgens einfach nur noch Geld. Deswegen sieht das jetzt so aus, denn ich habe die eben schon gewaschen, quasi für morgen. Und jetzt dachte ich mir, ich nehme einfach auf, ich muss mir vielleicht mal eine Cap kaufen. Ich habe nämlich tatsächlich gar keine Cap oder Cappy oder irgendwas in die Richtung. Ich hätte eine Mütze da, aber wäre ein bisschen behindert, wenn man am 10. September mit einer Mütze hier hockt. Ja, ich kaufe mir auf jeden Fall mal demnächst eine Cap. Die kann ich dann bei solchen Tagen anziehen. Aber das soll uns eigentlich nicht weiter kümmern. In der letzten Folge solltet ihr mir Vorschläge reinschreiben, was für ein Spieler ich mir als Linksverteidiger als Alaba-Ersatz holen soll. Denn wenn Alaba mal, ja, ausfällt, was auch immer, nicht mehr so viel Fitness hat, dann brauchen wir einen Ersatz. Und, ja, die Folge ist vor zwei Stunden online gekommen, dementsprechend noch nicht so viele Vorschläge am Start. Aber ich wollte jetzt eben, bevor die Schule anfängt, nochmal hier zwei Folgen aufnehmen. Deswegen einfach die Vorschläge, die schon da sind, die verwende ich jetzt. Äh, sind auf jeden Fall genug. Nämlich Mittelstadt von Hertha BSC. Henrichs soll ich mir holen. Wer auch immer, woher. Ich kenne mich nicht so gut aus, Leute. Sorry. Ähm, dann hat, äh, noch jemand drei Vorschläge geschrieben. Hier, Philipp Max. Ähm, Douglas Sand. Und Oztrel, ne, Leco, Dings, Leco, Olek, ne. Ja, ich kenne mich super aus, ich kann die auch alle aussprechen. Wir gucken jetzt einfach mal durch, was so die Werte sind. Wir wollen uns natürlich nur einen kaufen. Also wir haben auf jeden Fall genug Vorschläge hier am Start. Oztrel, Oztrel, irgendwie sowas. So wird er anscheinend ausgesprochen. Linksverteidiger von Hannover, 96. So, er hat eine Gesamtstärke von 75. Vertrag ändert 2022. Also ist schon noch ein gutes Stückchen hin. 28 Jahre alt. Ähm, offensiver Außenverteidiger. Also scheitert auch mit vorne rein. Und hat hier irgendwie so drei Balken. Was soll man das bedeuten soll? Verpflichtungschance ist das. Ah, okay, Verpflichtungschance. Äh, drei Balken. Dann, äh, Spielergehalt 8.000 oder 10.000. Das ist nicht so wichtig. 8,2 Millionen. Das ist eher wichtig. Aber das sollten wir uns auf jeden Fall leisten können. Wir gucken aber weiter. Okay, hier steht Douglas Santos von HSV. Der ist jetzt aber natürlich nicht dabei. Das, äh, fällt mir jetzt erst auf, weil HSV, der ist ja, die sind ja abgestiegen. Eine zweite Liga gibt es hier nicht. Wir gehen weiter. So, dann haben wir hier Philipp Max. Also wie gesagt, Hamburger HSV gibt es hier nicht. Deswegen blöd. Aber macht nichts. Hier haben wir leider die Verpflichtungschance nur von einem Balken. Aber er hat auf jeden Fall eine Stärke von 79. 70 ist jünger, vier Jahre jünger. Sein Vertrag endet auch früher. Er ist, äh, noch offensiver hier, habe ich das Gefühl. Ähm, was hat er noch? Spielergehälter 1,3 Millionen, 13 Millionen kostet er. Loyalität ist okay, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Also er wäre eigentlich der bessere Spieler. Äh, für Bayern vor allem. Äh, aber er hat nur, nur einen Balken hier. Also wir gucken mal. So, dann haben wir hier Mittelstädt von Hertha. Hat eine 69. Das heißt das schlechteste Rating bisher. 21 Jahre jung. Also doch ein junger Spieler. Aus dem kann man noch was machen. Hat hier auch drei Balken. Ist auch relativ günstig, dementsprechend. Aber wir gucken uns noch den letzten an. Henrichs. So, Henrichs. Henrichs ist Rechtsverteidiger. Bei Monaco. Okay. Monaco, äh, aber ist halt Rechtsverteidiger. Na, Rechtsverteidiger haben wir ja noch. In Ersatz haben wir Rafinha. Äh, Rechtsverteidiger brauchen wir nicht. Er kann auch ein bisschen Linksverteidiger spielen. Das steht ja da. Aber, äh, ist auch kürzlich erst beigetreten bei, äh, bei Monaco. Von daher kann ich den sowieso nicht kaufen. Okay, heißt, ähm, hier, Max ist am besten. Äh, Philipp Max. Ansonsten, Mittelstädt ist, ja, ist halt sehr günstig. Aber nicht so geil geratet. Ähm, hm. So, wir machen mal eine Anfrage für Transferverhandlung. Freigabegebühr. Wenn, desto höher wir natürlich gehen, desto höher ist die Verpflichtungschance. Okay, interessant. Okay, Weiterverkaufsoption. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Wir machen Verpflichtungschance. Ja, das passt schon. Keine Ahnung, für 30. Da steht ja Transfer. Ah, müssen ein bisschen mehr. Wir geben einfach mehr. Wir haben, wir haben ja genug Geld. Wir geben einfach mal 34% hier. Äh, Spieler für Handel auswählen. Was? Nein, wollen wir nicht. Wir wollen auf keinen Fall jemanden tauschen. So, Spielergehalt. Ähm. Ja, das ist 94% Chance. Das ist der Wahnsinn. Äh, dann machen wir ihn einfach mal. Wir machen ihn auf zwei Jahre und geben ihm ein bisschen mehr. Und, äh, Ablösesumme. Dann hat er 100%. Ne, 96% sind bei ihm auf jeden Fall mega gut. Ich hoffe nur, dass Augsburg akzeptiert. Ähm, ja. Okay, wir nehmen die Transferdingens. Warte auf offizielle Antwort. Was war das gerade für ein Telefon-Sound? Äh, wir nehmen die Transferverhandlung hier an. So, wir gucken aber nochmal an den, bei den anderen vorbei. Denn denen mache ich dann natürlich auch nochmal ein Angebot. Hier, er hat, er hat ja auch eine 75, ne. Also, da ist die Chance, dass wir ihn kaufen können. Echt recht gut. Da gehen wir jetzt vom, vom, äh, Ding ein bisschen runter. 70% sind immer noch okay, finde ich. Und bei ihm gehen wir dann auch noch ein bisschen runter. Vom Gehalt her, er würde gerne kommen anscheinend. 93% sind auch definitiv okay. Vielleicht kriegen wir ja zwei Spieler. Das ist auch okay. Warte auf offizielle Antwort. Und Mittelstädt fragen wir auch nochmal gleich an. Da machen wir gleich alle mit. Äh, das ist ja kein Problem. Können wir gleich bei allen anfragen. Das macht überhaupt nichts. Jetzt, hier gehen wir auch weiter nach unten. So, 2 Millionen können wir ihm schon geben. Er hat auf jeden Fall richtig Bock zu kommen. Auch wenn ich ihm weniger Money gebe. Heißt, wir machen das so. Mal gucken, was die dann sagen. Wir haben eh nur noch 2, 3 Tage. Und, äh, bin echt gespannt. Ich hoffe natürlich, dass hier jemand noch zusagt. Wir haben hier noch, ja, 3, 4, 4 Tage haben wir noch. Äh, ja, okay. Wir labern nicht mehr lange rum. Das hat schon lange genug gedauert. Jetzt, ich schalte mal wieder von den Kommentaren hier weg. Auf mein Aufnahmeprogramm. Und da würde ich sagen, starten wir rein. Gegen Freiburg. Wir spielen wieder auswärts. So, ich habe den Namen kurz vorausgesucht. Mega Dankeschön an R95 2.0. Er hat mir nämlich geschrieben, ich muss bei manchen Vereinen, da funktioniert das nicht so gut. Da muss ich das Trikot nochmal einzeln installieren. Das ist bei Freiburg der Fall und bei Bayern der Fall. Heißt, ich habe bei Freiburg jetzt das richtige Trikot drin. Und bei Bayern auch das richtige Heimtrikot. Denn ich und auch viele von euch haben sich gewundert, ähm, warum denn die Trikots von den Bayern so scheiße aussehen. Und nicht eben wie die Original Trikots. Äh, aber die Auswärts Trikots eben schon. Das hat mich selbst auch gewundert. Und, äh, ich dachte, dass das einfach noch nicht richtig bearbeitet wurde von dem Modder. Und der das nochmal nachträglich nachreicht. Aber, äh, scheinbar, äh, muss ich das einfach nochmal installieren. Das gab, äh, das gab da nur einen kleinen Fehler. Und, äh, ja, das habe ich jetzt eben gemacht. Wie gesagt, mega Dankeschön für den Tipp. Und, ja, jetzt haben wir die Original Trikots drin von Freiburg. Komplett alle Original Trikots. Bei denen waren alle Trikots irgendwie verpackt, kaputt. Und, äh, bei den Bayern eben die Heimtrikots jetzt Original drinnen. Finde ich mega nice. Das ist jetzt die Startaufstellung. Ihr habt es ja gar nicht gesehen. Wir haben jetzt nur Tolisso eingewechselt für Goretzka. Denn Tolisso hat so ein Pfeil nach oben. Und Goretzka muss ja auch mal ausgewechselt werden. Auch wenn er ein guter Spieler ist. Also, ich finde, bei Bayern macht er sich, denke ich, ganz gut. Ähm, ja, wir starten rein gegen Freiburg. Freiburg, kein einfacher Gegner. Waren sie noch nie. Äh, ja, jetzt hier Schwarzwaldstadion. Wir spielen auswärts. Und ich bin gespannt, was das wird. Ich hoffe, es wird was Gutes. Ah, Alaba mit einem Schuss. Der ging voll daneben. Aber ich wollte noch sagen, an den Gamefaces kann ich natürlich nichts ändern. Robben sieht immer noch genauso scheiße aus wie von Anfang an. Keine Ahnung, was sie mit Robben da gemacht haben. Alter, mein Mikro hält nicht richtig. Guck mal, das rutscht voll nach unten. Ähm, keine Ahnung, was der Modder mit Robben gemacht hat. Aber er sieht echt schlimm aus. Und, äh, ja, da kann ich aber leider nichts dran machen. Die Trikots sind zwar jetzt original, aber die Gesichter immer noch so wie vorhin. Boah, Junge. Boah, Freiburg ist echt... Ich hab's nur am Anfang gesagt, ne. Das ist kein einfacher Gegner. Das waren sie noch nie. Die sind so... Ah, Mann. War auf jeden Fall ein Foul. Und, äh, gibt eine gelbe Karte. Noch 10 Minuten in der ersten Halbzeit. Und es steht 0 zu 0. So, erste Halbzeit rum. 0 zu 0. Vor allem im Pass 19 sind sie jetzt noch ein hässlicherer Gegner. Weil, ja, die stehen seit Minute 1 auf defensiv. Nicht komplett defensiv, aber auf defensiv. Ja, wir waren zwar ein bisschen besser, aber das bringt mir überhaupt nichts, wenn's 0 zu 0 steht. Ja, 1 zu 0. Mal wieder durch den Fehlpass. Die Gegner haben bisher nur Tore durch Fehler von uns gemacht. Die Fehlpässe von uns. Durch nichts anderes. Fuck. Also, zweiter Wechsel. Wir haben, ähm, Robben ausgewechselt. Dafür Coman auf die rechte Seite. Und links Gnabry. Weil, Coman war eben links. Deswegen, den haben wir auf rechts gepackt. Und, äh, dann eben Robben raus und Gnabry rein. Und jetzt, äh, Thiago raus und Goretzka rein. 1 zu 0 für Freiburg. Ha. Bullshit, echt. Das ist so ein fucking hässlicher Gegner. 57. Spielminute. 1 zu 0. So, Müller geht raus. Kam ist Rodriguez rein. Das war der letzte Wechsel. Und wir haben noch 25 Minuten zu spielen. Jawohl. 1 zu 1 immerhin. Von James Rodriguez. Ich liebe den Typen. Der war auch in letzter Saison schon echt geil. Ah. Wenigstens das Unentschieden hier mal gemacht. Den Ausgleich. Ich hab jetzt auf totaler Angriff gestellt. Mal gucken. Vielleicht. Ich schraube jetzt eine Stufe zurück auf normalen Angriff. Offensiv halt einfach. Ähm. Vielleicht schaffen wir es ja noch. Ein Tor zu machen. 10 Minuten bleiben noch. Und, ja. Wir haben eigentlich gute Spieler, die das eigentlich packen können. Oh. James Rodriguez an den Pfosten. Das kann nicht sein. Der Typ ist so gut, ne. Das ist der Einzige, der irgendwas macht. Hab ich irgendwie das Gefühl. Oh. Und dann trifft er nur den Pfosten. Oh. Wieder so ein hässlicher Fehlpass. Ich wollte zu dem Hinteren und er passt zu ihm. Drei Minuten Nachspielzeit. James Rodriguez und Kingsley Command. Das sind unsere Torschützen dieser Saison bisher. Robert Lewandowski bisher noch nichts gemacht. Ich hab irgendwie die Hoffnung, dass er jetzt irgendwie noch, ja, was ganz Wichtiges macht. Ein ganz wichtiges Tor. Aber das sieht nicht danach aus. Es gibt nochmal eine Ecke. Oh. Shit, Alter. Ich hab... Mann. Ich will gewinnen. Gegen Freiburg, Alter. Das ist so zum Kotzen. Wir dürfen auf keinen Fall jetzt kontern. Mann. Jawoll. Als hätte ich's gesagt. Robert Lewandowski. Yes. Ein Tor hat er schon mal gemacht. Und jetzt das Zweite. Ich weiß nicht, wann das Erste war. Ich glaub nicht in der Bundesliga. Ich glaub das war in diesem Vorbereitungsturnier. Ha. Aber ich kann mich noch erinnern. Also ich dachte, er hat, glaub ich, gar keins gemacht. Aber ich kann mich noch erinnern, gesagt zu haben, dass Lewandowski diesen neuen Jubel jetzt hat. Den da. Alter, der Retter in Not. So heißt die Folge. 90 plus 3. Der Sieg. Durch den Polen. Robert Lewandowski. Der sich jetzt hier feiern lässt. Respekt an Freiburg. Die haben mich hier zum Verzweifeln gebracht. Ich bin ja hier schon halb ausgerastet. Respekt an Freiburg. Echt gut gespielt. Wir waren schon besser. Aber das war echt so minimal war das besser. Die Ergebnisse. Freiburg, Bayern 1 zu 2. Hannover, Nürnberg 1 zu 0. Hoffenheim, Schalke 1 zu 0. Wolfsburg, Stuttgart 2 zu 0. Augsburg, Hertha 3 zu 0. Bremen gegen Leipzig 0 zu 2. Dortmund gegen Leverkusen 2 zu 0. Fortuna Düsseldorf hat gewonnen gegen Mainz mit 1 zu 0. Und Frankfurt gegen Gladbach mit 2 zu 0. Mal gucken, ob wir mit der Fortuna eine Verteidigerkarriere auch gegen Mainz gewinnen. Die nächste Folge, da spielen wir eben auch gegen Mainz. Wenn ich noch dran denke, einfach mal rechts oben im i verlinkt, wenn nicht, dann Pech gehabt. Ihr findet die Playlist auch so auf meinem Kanal. Weil der Verteidigerkarriere lohnt sich. Ist aber echt vorbei zu gucken. Ist auch mega, mega nice. Wir sind einen Platz nach unten gerutscht. Nur wegen der Differenz, wegen der Tordifferenz. Weil wir haben eine Tordifferenz von 3. Wir haben vor, also letztes Spiel haben wir mit 2 zu 4 gewonnen. Und jetzt mit 1 zu 2. Hier sehen wir jetzt nochmal die ganzen Ergebnisse, die wir bisher erreicht haben. Einmal verloren, viermal gewonnen. Das kann man auf jeden Fall machen. Ja, Lewandowski hat 2 gemacht. James Soteges 3 Tore. Und Kingsley Command 4. Also wie gesagt, das sind wirklich so die Torjäger. Ja, aber Lewandowski hat auch 2 Vorlagen gemacht. James Soteges auch 2 Vorlagen. Also, Rodriguez ist echt richtig, richtig gut. Das sind auch die Spieler mit der durchschnittlichen Bewertung. Der durchschnittlichen besten Bewertung. James Soteges 6,9. Lewandowski 6,8. Und Command 6,7. In Pest sind die Bewertungen nie so ultra krass. Also nicht wundern. Das ist alles ganz okay. So, Verhandlungstag haben wir jetzt heute. Die Folge wird wieder länger gehen, weil wir die ganze Zeit labern. So, Philipp Max ist gescheitert. Philipp Max ist gescheitert. Das ist natürlich schade. Hätte man aber irgendwo auch von ausgehen können. Hier haben wir noch andere Spieler, die uns angeboten werden. Aber die brauchen wir nicht. Wir wollen nur einen Linksverteidiger. Denn wir wollen die Saison nicht zu unrealistisch halten. Heißt wirklich realistisch bleiben. Und das heißt nicht zu viel einkaufen. Wisst ihr Bescheid. So, wie funktioniert das jetzt hier? Das ist gescheitert. Hier geht es weiter. Bedingungen akzeptieren können wir oder neu verhandeln. Und da wir nicht so viel Zeit haben. Hier haben wir 7,6 Millionen. Zahlen wir. 913.000 Spielergehalt. Ja, ist ein bisschen weniger. Zahlen wir für ihn als der Marktwert. Aber wir zahlen auf jeden Fall mehr Gehalt, als sie aktuell von Hannover aus zahlen. Ein Jahr haben wir bei den beiden angewählt. Das ist auf jeden Fall in Ordnung. Heißt, Bedingungen akzeptieren bei ihm auf jeden Fall. Bestätigen, annehmen. So, er hat den Vertrag angenommen. Perfekt. Da haben wir schon mal einen Linksverteidiger. Und Mittelstädt. Weiß ich nicht. Sollen wir den auch noch nehmen? Was kosten der? 2 Millionen. Ach komm. Eigentlich, wir brauchen eigentlich Mittelstädt. Brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Aber einen jungen Spieler noch dabei zu haben. Für 2 Millionen. Alter, da kenne ich nichts. Das passt auf jeden Fall. Da können wir auch mal ins Teammanagement noch mal reingucken. Ob die jetzt schon drinnen sind. Ich weiß nicht, ob das so schnell geht. Nope. Geht es nicht. Die sind noch nicht dabei. Aber das macht nichts. Ich würde sagen, wir gehen weiter. Wir haben auch ein bisschen Pause jetzt auf jeden Fall bis zum nächsten Spiel. Ich weiß auch gar nicht, gegen wen wir spielen. So, jetzt sind sie hier. Beide Linksverteidiger. Sind, haben angenommen und sind natürlich hier bei uns jetzt am Start. Und hier ein richtig geiles Selfie von Thiago mit Koretzka jetzt raus. Von PSG kommt ein Angebot für Arjen Robben, den wir natürlich nicht verkaufen. Also verkaufen tun wir gar keinen und kaufen tun wir jetzt auch keinen mehr. Wir haben jetzt Linksverteidiger gekauft. Wie gesagt, alle, die jetzt noch in die Kommentare was geschrieben haben von wegen Linksverteidiger. Äh, ich hab euch vorhin die ganzen vorgelesen, die mir vorlagen. Ähm, die anderen werde ich eventuell berücksichtigen, falls wir nochmal irgendwas kaufen. Guck mal, so sieht Robben aus. Das ist so schlimm, ne? Also Robben sieht echt schlimm aus. Ähm, muss ich mich mal beschweren hier bei Modder. Soll er nochmal neu machen. Ja, also wenn noch welche geschrieben haben bezüglich des Linksverteidigers. Äh, ja, tut mir leid. Wie gesagt, das Video kam vor jetzt mittlerweile ungefähr dreieinhalb, zweieinhalb Stunden online. Und, äh, ja, das, da konnte ich jetzt nicht mehr drauf eingehen. Ich hab, äh, bin froh gewesen, dass eben schon ein paar dabei waren. Ein paar, ähm, ähm, äh, was? Was? Warte mal. Also, freut mich, dass ein paar dabei waren. Ein paar Vorschläge. Aber jetzt bin ich verwirrt. Europa League? Sieger? Was ist hier denn falsch gelaufen in den Mods? Was ist in den... Hä? Was ist in den Mods denn falsch gelaufen? Müsst ihr. Ja, wir haben die nächsten beiden Spiele sind am Bundesliga. Leute, also wenn ihr wisst, äh, wie man das fixen kann. Und ob man das überhaupt noch fixen kann. Also ich nehme jetzt das Spiel noch auf, dieses Spiel hier gegen wen auch immer. Und nächste Folge nehme ich auch schon auf gegen Hoffenheim und gegen Stuttgart. Aber ab dann hoffe ich, dass mir jemand geholfen hat. Wir sind anscheinend mit Bayern München nicht in der Champions League, sondern in der Europa League. What the fuck? Hä? Ich glaube einfach, dass... Dass die... Dass das Wappen einfach falsch ist. Wobei, hä? Also Leute, ich raff gar nichts mehr. Reinschreiben, wie man das fixen kann, bitte. Hier ist Chelsea dabei. Chelsea spielt doch keine... Keine Europa League. Hier ist auch Dortmund dabei. Arsenal, Besiktas. Spielen die alle Europa League? Weil hier ist auch Leverkusen dabei. Leipzig dabei. Hier ist kein Real Madrid. Kein Juventus Turin. The fuck? Also Leute, keine Ahnung, was ich da falsch gemacht habe. Oder ob ich da irgendwas falsch gemacht habe. Also, keine Ahnung. Weiterhelfen. Unbedingt reinschreiben, wenn ihr wisst, wie man das fixen kann. Oder wenn ihr wisst, woran das liegt. Äh, ich kann es mir nur vorstellen, dass da irgendwas falsch gelaufen ist. Aber das ist natürlich überhaupt nicht geil. Also, wir werden jetzt das erste Spiel machen in der Europa League. Weil wir das jetzt einfach in der heutigen Folge machen müssen. Ähm, dann mache ich, wie gesagt, diese zwei Spiele für nächste Folge. Und dann hoffe ich, dass bis dahin Vorschläge reingekommen sind. Äh, weil das ist ja extrem komisch. Okay, wir packen mal Süle rein für Hummels. Boateng hat auch einen Fall nach unten. Aber hier Mai hat auch einen kompletten Fall nach unten, der hier Verteidiger, Innenverteidiger ist. Ähm, ja, ich hätte jetzt gerne einen getestet. Guck mal, Mittelstadt hat auch einen kompletten Fall nach oben. Aber Alaba leider auch. Wegen können wir da nichts testen. Äh, gut. Das ist gerade ein bisschen komisch. Also, ich bin gerade komplett geflasht. Ich habe keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Weil das ist natürlich suboptimal. Aber macht's nix. Wie gesagt, ich hoffe darauf, dass ihr mir da Tipps reinschreibt, was ich dagegen tun soll. So, so sieht unsere Startaufstellung aus. Ich hoffe, das passt. Und wir starten dann halt eben rein in die Europa League gegen Nordseeland oder was das auch immer ist. Keine Ahnung, ich kenne den Club gar nicht. I don't know. Und ich wechsle mal den Kamera-Akku nebenbei. Und bis gleich. So, ein neuer Kamera-Akku ist drin. Und, also, ich labere schon wieder um den heißen Brei. Also, ich habe in dieser Folge schon wieder ultra viel gelabert. Und dadurch wird die wahrscheinlich lang sein. Aber, ich bin absolut verwirrt. Warum wir hier in der Europa League sind und nicht in der Champions League. Und warum Chelsea auch hier ist. Aber Real Madrid, Juventus, Turin und bla 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 nicht. Wie gesagt, ich hoffe, das kann man irgendwie fixen. Ich meine, wenn wir jetzt ein Jahr in der Europa League spielen und danach wieder Champions League, weil wir dann eben in die Champions League kommen, okay. Aber wenn ich jetzt irgendwas verbockt habe in den Einstellungen, dass ich irgendwie die Champions League mit der Europa League verwechselt habe, wäre das natürlich unpraktisch. Ja, gucken wir einfach mal. Let's go. Aber dieses Spiel gewinnen wir hoffentlich. Und dann passt die Sache. Jawohl. 1 zu 0 Robert Lewandowski. Mir fällt auch wieder auf, wir spielen schon wieder auswärts. Kann man auf jeden Fall machen. Lewandowski macht aber auch seinen nächsten Treffer. Das kann man auf jeden Fall wirklich machen. Das ist echt geil. Und war eigentlich ganz gut rausgespielt. Er hatte früh auch der Treffer. Ich glaube, 12. Minute oder so. Ganz schick. Hier der Pass von Goretzka auf Tolisso. Der mit so einem kleinen Heber hätte nicht sein müssen, aber hat ja geklappt. Und Lewandowski nimmt ihn sogar aus der Luft und ballert ihn rein. Jawohl. Jawohl. Robert Lewandowski. Das war nice. Ja. Vorhin habe ich es gesagt. Platz 1 Kommand. Danach Rodriguez. Und dann erst Robert Lewandowski mit den Toren. Und jetzt haut er einen raus. 2 zu 0 in der ersten Halbzeit. Und das sogar mit der Hacke. Schickes Tor. Nur leider nicht zu Hause. Das ist auch ein bisschen komisch, dass wir nie zu Hause spielen. Ich war noch nie in der Allianz Arena hier in PES. Ich meine, die sieht wahrscheinlich nicht echt aus. Aber ich würde das trotzdem gerne mal sehen. Boah. Lewandowski mit der nächsten Chance. Gute Chance. Aber ich wäre gerne noch ein, zwei Schritte gelaufen. Das ging leider nicht mehr. Ich hätte hier mit Robben noch laufen können. Da ich mich für den Pass entschieden habe, war es schwierig. Einer war schon am Grätschen. Der andere war auch direkt neben mir. Heikel. Jawohl. Lewandowski mit dem Dreierpack. In der ersten Hälfte. Tja. Das ist halt Europa League. Das ist zu einfach für uns. Ja. Ich will nichts sagen. Am Ende kriege ich in der zweiten Halbzeit noch 4, 5 Tore reingedrückt. Ne. Aber also. Läuft. Lewandowski kriegt auf jeden Fall vieles hin heute. Er kämpft sich auch ein paar Bälle. Geht auch ein paar Schritte mit nach hinten. Das hat er in den ersten paar Spielen nicht so gemacht. Weil ich das ja eigentlich auch so eingestellt habe. Aber. Wenn es nötig war, ist er jetzt auch mal zurückgegangen. Und. Ja. Hat bisher alles super funktioniert. Dreimal hat es schon geklingelt. Jawohl. 4 zu 0. Ich habe mich noch ein bisschen konzentriert. Dass ich da jetzt ja nichts falsch mache. Weil das war schon ein sicheres Tor. Yes. 4 zu 0 in der ersten Halbzeit. So will ich das sehen. Wir haben bisher immer nur mit ungefähr. Ja. Doch. Das höchste waren zwei Tore Unterschied. Vielleicht kriegen wir das heute ein bisschen besser hin. Lewandowski wieder super. Sprint. Super Laufweg. Natürlich ebenso wie Müller. Der in der Mitte komplett frei steht. Und das Ding super versenkt. Ja. Wie gesagt. Wir dürfen jetzt in der zweiten Halbzeit bloß nicht so viele Tore kassieren. Dass es wieder nur bei einer Zwei-Tore-Führung bleibt. Aber. Ja. Vielleicht erhöhen wir auch einfach. 4 zu 0 zur ersten Halbzeit. Kann man auf jeden Fall machen. Fünf Schüsse. Fünf Waffstor. Vier drin. Exzellent. So Leute. Ich bin content raus. Ich hatte ein kleines Problem. Ich musste gerade. Weil meine Speicherkarte voll ist. Alle Dateien die ich auf der Speicherkarte drauf hatte. Da war auch noch F1 drauf. Und was auch immer. Bei der Kamera jetzt. Ich musste alle Dateien auf meinem PC gerade ziehen. Und das hat fricken eineinhalb Stunden gedauert. Ich habe mir damals nicht die schnellste SD-Karte geholt. Weil das Geld nicht mehr gereicht hat. Und ja. Jetzt musste ich ultra viele Dateien rüberziehen. Mehr als 200 GB. Und das war gerade ziemlich. Ja. Blöd. Das kam jetzt auch noch dazwischen. Aber. Wir führen auf jeden Fall 4 zu 0. Das weiß ich noch. Und ich hoffe, dass wir das ausbauen können. Ich muss mich jetzt natürlich wieder ein bisschen finden. Nur, dass ihr Bescheid wisst, wollte ich euch das mal kurz sagen. Nicht, dass ich jetzt auf einmal schlechter spiele. Andere Kamerapositionen habe. Meine Haare noch schlimmer aussehen wie vorhin. Was auch immer. Also ich wollte einfach Bescheid sagen. Jetzt geht es weiter. Noch die letzten paar Minuten hier. Die Folge ist wieder ultra lang. Ich versuche ab nächster Folge. Ich schwöre es euch. Ab nächster Folge. Da gibt es dann auch keine Transfers mehr und so. Probiere ich. Die Folgen mega kurz zu halten. 5 zu 0. Ihr könnt uns ja gerne mal reinschreiben. Wie ihr die Folgenlänge so findet. Weil wir sind immer so zwischen 20 und 30 Minuten. Und das ist ein bisschen hart. Also ich würde schon eher zwischen 10 und 20 Minuten bleiben. Wenn das Video 20 Minuten geht ist es noch okay. Aber zwischen 10 und 20 ist das ganz gut. Und dafür möchte ich echt in nächster Zeit weniger labern. Muss ich mich echt mal ein bisschen konzentrieren. Ich werde heute auch nur noch die eine Folge aufnehmen. Also ich habe ja echt gedacht. Dass ich jetzt die Folge hier aufnehme. Und dann nochmal eine. Aber jetzt ist es dadurch, dass das so lange dauert hat. Schon halb elf. Und ich muss ja wie gesagt morgen früh aufstehen. Erster Tag wieder Schule. Ist auf jeden Fall geil. Deswegen lassen wir das nur bei dieser einen Folge. Ja. Und ich hoffe, dass ihr mir bis ich dann die nächste Folge aufnehme. Nein, es gibt Elfer. Fuck. War nicht ganz so geplant. Ja, ich hoffe, dass ich von euch irgendwie Tipps bekomme. Bis ich die nächste Folge aufnehme. Wie ich das machen kann mit der Champions League. Mit der Europa League hier. Aber. 5 zu 0 bisher. Mega krass. Ist ein Elfer jetzt hier, weil Süle ein bisschen härter reingeht. Erster Elfmeter in der Pestkarriere. Und der Heldin. Was ist da hier los? Dafür kriege ich erstmal eine Trophäe. Bayern hat heute keinen Bock auf Gegentreffer. Die wollen lieber noch einen erzielen. Komm Müller, kommt der da hin? Nee, kommt der nicht. 65. Spielminute 5 zu 0. Ich höre jetzt auf zu labern. Weiter geht's. Oh. Alter, war das geil gespielt. Guck mal hier. Alter, Kimmich setzt sich richtig gut durch. Spielt dann den Pass auf Tolisso. Der weiter auf. James Rodriguez. Lewandowski. Mit der Hacke wieder zurück auf James Rodriguez. Und der verfehlt nur ganz, ganz knapp das Tor. Ja. Das war natürlich unpraktisch gemacht von mir. 1 zu 5 Anschlusstreffer. Jetzt, äh, da wird's wahrscheinlich keine Torhymne geben. Weil ich den Verein nicht kenne. Ich weiß nicht, nach was ich da googeln soll. Sorry dafür. Dann kann ich's auch direkt wegklicken. Also, scheiße gemacht von mir. Da ich den Torwart so blöd rausgeholt hab. Aber passiert. Beim 5 zu 1 ist alles noch okay. Oh, Mann. Warum hält der Torwart auf einmal? Ich kann den Torwart nicht mehr austricksen. Jetzt gibt's sogar noch wieder ein Konter. Das ist unglaublich. Weißt du, den Elfmeter. Nicht mal der Elfmeter ging rein. Aber jetzt drehen die auf einmal auf, ne. Jetzt hauen die wieder einen raus. Das ist so typisch Pess, echt. In den letzten 10 Minuten gibt der Gegner nochmal alles. Obwohl schon 5 zu 1 steht. Das ist so krank. Ja. Der nächste Lupfer und das nächste Tor. Also, ich kann dazu nichts anders sagen, als das ist dasselbe wie beim Spiel gegen Düsseldorf. Die Spieler haben natürlich jetzt wenig Fitness. Wir haben die schon richtig ausgepowert in diesem Spiel. Aber das musst du trotzdem besser verteidigen. Das kann nicht sein, dass die hier so einen Platz haben. Und dass der Lupfer schon wieder gelingt. Tja. Goretzka geht. Thiago kommt. Leider haben wir das Ganze wieder verspielt. Es ist unglaublich. Also beim nächsten Mal gehe ich wirklich hin und sage, ich stelle mich einfach in die Abwehr und passe die ganze Zeit. Weil nach vorne geht gar nichts mehr jetzt. Die Gegner fangen jeden Ball ab. Und das ist natürlich nervig. Ja. Das fuckt mich richtig ab, Guard. Das kann nicht sein, ja. Boah, bin ich gerade pisst, Alter. Unglaublich. Weißt du, ich lobe hier Pess unglaublich hart. Mach hier 5 Tore. Vor allem, ich mach halt ein 4 zu 0. Bin dann erstmal eineinhalb Stunden weg. Hab ich gedacht, okay, jetzt könntest du natürlich in die Hose gehen. Ne, nichts da. Ich mach noch ein fünftes. Und dann kommen die Gegner und machen 3, ey. Oh, fuckt mich das ab, Leute. Wir haben mit 3 zu 5 gewonnen. Das ist natürlich super. Aber ich hab am Anfang des Spiels gesagt, dass unser höchster Sieg also mit einem Unterschied von 2 Toten war. Und wir haben eine 5-0 Führung gehabt. Und am Ende gehen wir mit einem 3 zu 5 raus, damit es wieder ein Unterschied von 2 Toten ist. Klar, 3 zu 5. Ich hab 5 Tore gemacht. Bin 5 zu 0 geführt. Mega gut, aber... Irgendwo auch lächerlich. Naja. Das ist jetzt das erste Mal, wo ich mich richtig über Pess aufregue. Also ich möchte jetzt nicht so ultra rumschreien jetzt. Aber ich könnte echt. Das ist unglaublich nervig. So, ich lese jetzt hier nicht alle Ergebnisse vor. Ähm, ja. Wie gesagt, unglaublich nervig. Wir haben zwar gewonnen. 3 Punkte. Aber, ja. Schreibt auf jeden Fall rein, ob ihr einen Tipp habt mit der Champions League, hier Europa League Champions League. Ich nehme jetzt dann erst wieder morgen auf. Wenn der erste Schultag schon rum ist, dann werde ich nochmal eine Folge aufnehmen. Auch von der Verteidigerkarriere. Und, ähm... Ja. Mal gucken, wie das in der nächsten Zeit weitergeht. Denn es kommt ja auch bald die FIFA-Demo. Das habe ich mir gerade ein bisschen so durch den Kopf gehen lassen. Als wir... Als, äh, die... Videos von der Kamera darüber explodiert wurden. Da habe ich mir das ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, dass ja am Donnerstag die FIFA-Demo kommt. Und, dass das alles ein bisschen knapp wird. Aber, ja. Wir kriegen das auf jeden Fall hin. Und, ich würde sagen, lassen wir euch das da, wenn es euch gefallen hat. Und, ja. Haut rein. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.